Hallo und willkommen zu einer Runde Dead by Daylight im Nostromowrack mit der Krankenschwester. Ich war gerade irritiert, aber sie ist ja die Krankenschwester. Das wäre jetzt recht einfach. Und das war auch einfach. Ja... 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 Inaktivität muss bestraft werden. Na? Na? Ja... Oh... Okay... Jake... Getroffen habe ich dich trotzdem, wa? Huh? Oh! Oh! Den habe ich überhaupt nicht gerechnet. Boah, das nennt ich doch mal ein geiler Port. In das Ungewisse hinein. Ich weiß, dass hier einer ist. Hm. Es scheint jetzt zu flucken. Momentan. Okay. Das lässt doch mal schön liegen, Kollege. Okay. Okay. Es gibt zwei von euch. Oh! 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 Mir entkommt ihr nicht. Und du hast den falschen Haken sabotiert. Seid ihr dort? Und du hast den falschen Haken. Ja, dass die Krankenschester auch so langsam sein muss. Aber so kann man es auch kriegen. Die schenke ich jetzt am Popo der Welt auf. Ja! Wenn sie kommen, dann von hier. Oh, das war's auch. Oh! 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 Ich muss nur den Blutspuren folgen. Habtisch! Oh! 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 Wo könnt ihr die Luka kommen? Oh! Der Jake hat die Luke bekommen. Naja, was soll's. Ich finde, es waren ein paar schöne Boards dabei. Verdient. Ja, also mit seiner Blendgranate hat er es schon schön versucht. Mit der Granate am Generator. Ja, ja doch, verdient. Ist in Ordnung. Ja, es gab zwei Bild, von daher wusste ich jetzt nicht, welcher welcher ist. Wenn ich da jetzt getunnelt habe, tut's mir leid, aber ich fand es trotzdem eine schöne Runde. Ich hoffe, ihr fand es genauso. Wenn gerne ein Like und oder ein Kommentar da, würde mich auf jeden Fall freuen und mich in meiner Sache hier unterstützen. Ich bedanke mich und hoffe, dass ich euch in der nächsten Runde auch wieder begrüßen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!